Hup! Rains! Hallo! Uhuhuu! Uhuhuu! Ja, wir sind's wieder. Das klingt aber sehr freundlich, wir sind's wieder. Ja, wir sind's wieder. Das ist immer noch meine persönliche Enttäuschung von der Niederlage vom letzten Mal. Ja, ja. Kann nur besser werden. Eben, deswegen bin ich jetzt bereit. Jetzt stellen wir ein bisschen um und dann wird's das. Ja, ja. Wir spielen jetzt mit zwei Erbsen. Welche Erbsen nimmst du? Nimmst du wieder Gift, dann kann ich Feuer oder so nehmen, oder? Ja, dann nimm ich wieder Gift. Das sei denn, du willst ein anderes probieren. Ich denke mal, das Gift immer noch so ziemlich nützlich ist durch den Splash-Damage. Ja, ich denke Feuer ist ja fast dasselbe, nur mit mehr Schaden. So. Außerdem muss Gary wieder mit. Sollte ich ne Feuerblume nehmen vielleicht? Was meint ihr? Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ne? Die macht's gut Schaden. Oder Elektro, wenn du hast. Weiß ich auch nicht. Nicht als Blume, ne. Also als Sonnenblume. Ich glaube, dann probiere ich es mal mit der Feuerblume. Weil dann muss ich die ja nur einmal berühren, dann kriegen die schon Probleme. Quasi. Okay. Nehmen wir wieder den gleichen Garten? Mal den selber probieren. Den Garten fand ich jetzt auch nicht schlecht so, oder? War er denn? Ich fürchte wirklich, das liegt nicht am Garten, sondern uns. Meinst du? Am Glück, wir hatten die falschen Kickner. Das kann ich gar nicht vorstellen. Ja, die Bosswelle war auch wirklich schlimm jetzt, also. Okay. Alles klar. Aber wir hätten jetzt vielleicht noch einen Pflanzenpack kaufen sollen. Na egal. Oh ja, wir sind noch hier. Helden sind wir, ne? Helden der Arbeit. Auf jeden Fall. Was für den Nahkampf? Ich glaube, für die erste Welle brauchen wir noch keine Heilblume, ne? Nee. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Sagt, dass wir keine brauchen. Ihr habt ja eigentlich mich dabei. Ja, genau. Ich geh erstmal Platz machen. Platz machen? Dann machst du wieder die Tische kaputt. Immer diese sinnlose Zerstörungswut mit dir. Das mach ich jetzt schon seit unserem ersten Spiel mit. So, wo kommen sie denn? Da hinten. Ich seh sie schon, kaputt machen. Ach, wenn man nicht nachladen müsste, ne? Dann wäre das echt... Sind wir uns eigentlich sicher, dass von der anderen Seite keine kommen? Ähm. Nur mal so. Ähm. Wobei da alle gerade in eine Richtung schießen. Da kommen nämlich auch welche. Lass mir die Laserbienen in Ruhe, du Scheiß-Huch-Soldat. Erstmal in Flammen stecken und dann können wir weitermachen, so. Boah, ich bin gleich tot, das ist viel schlimmer. Wo bist du denn? Im Garten. Ich komme. Danke. Okay. Pflanze gibt's hier auch. Ah, jemand hat einen Bambus gepflanzt, das ist gut. Boah. Okay, perfekter Garten, schon wieder nix, ne? Ne. Äh. Hab ich dich? Ja, ich hab dich. Jetzt wieder nicht mehr. Jetzt hab ich dich wieder. Hm. Achso, das war's schon. Das war die erste Welle. Ach, ich such die Gegner. Ich such die Gegner. Ich pflanze jetzt hier oben so ne Heilblume hin, das war glaube ich ganz gut. Dem Artie können's nie genug Gegner sein. Ich brauch die Action. Ja, gibt's auch zu. Letzte Runde war eigentlich auch viel zu lasch für dich, so. Naja. Das war eigentlich total öde. Ja. Hat nur verloren, weil er so schlechte Mitspieler hatte. Ne, es waren zu wenig Gegner. Achso, das hatte ich gar nicht erst angespornt. Ne, ne, das war halt... Ich war unterfordert. Sie sind ja schon wieder im Garten hier. Ah, halb tot, halb... Ach, ne. Oh, da bist du. Da bist du. Ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Im Garten. Hm. Ihr müsst euch ab und an mal schreien mit heilen, ich hab das nicht immer ganz im Blick. Ja. Momentan heilst du die... Ich weiß, das war auch Absicht, weil ihr fast beide ganz geheilt seid und es schadet ja auch, dass ich mir die Pflanzen überleben, oder? Ja, die Bambus-Rumme ist auch gut. Die musst du auch überleben. Die hat uns eben, glaub ich, auch den Hintern gerettet. Nein, lass die Heilblume alles so. Weg da. Die haben die Heilblume zerstört. Ja, das ist aber auch die, die ich immer wieder setzen kann, das ist nicht so schlimm. Die vergeht eh irgendwann. Oh, wie konnte der wissen, dass ich da oben rumstehe? Drecksfußsoldat. Bleib stehen, Koali! Ja, ich muss neu pflanzen. Muss neu pflanzen. Muss dich heilen. Was ist denn ein Stri... Striangulabor? Triangulhecke? Egal, ich war Garten verteidigen, Leute. Garten verteidigen. Die komischen Satellitenschüssen. Ich lauf da jetzt mal hin. Keine gute Idee gewesen, glaube ich. Was, haben wir sicher, dass du da alleine hin willst? Ja, nee, ich komm wieder zurück. Ich komm wieder zurück. Ich hab doch schon aus meinen Fehlern gelernt. Ihr braucht mich nicht abzuschließen. Schon okay. Der Unheißpilz, das hat grad echt weggerockt hier. Der war gut. Was zur Hölle war das? Kommt ihr mit, oder haben wir da hinten noch Ärger? Das war der Unheißpilz. Ich hab das Ding noch nie in Aktion gesehen. Ich dachte, ich flanz den einfach mal. Achtung! Achtung! Mist! Ja, bin auch schon da. Bin auch schon dabei, die abzuschießen. Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, 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 ich bin dran, ich bin dran. Danke! Oh, du musst nachladen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Zombers Luftschlag, was zur Hölle! Oh, direkt auf unseren Garten, deswegen sollten wir das Ding abschießen, glaube ich. Jetzt ist es eh egal. Oh, ich bin schon wieder tot. Was, wo? Hier hinten. Ich bin schon auf dem Weg. Ich verteidige den Garten. Sehr schön, Arbeitstrahlung. Danko! Hier hinten holen sich unsere Pilze. Hier, er fresst eine Bohne. Ich glaube, es kommt auch echt viel drauf an, was für Pflanzen man da rumpflanzt. Ja, die Bambuswumme ist schon Gold wert gewesen hier eben. Und das jetzt weg ist, ne? Ja. Oh, der Unheilspilz fetzt aber auch. Ja. Ich komme von rechts. Und von links, Achtung, das ist ein wichtiges Ding. Oh, nicht, 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 nicht. Du bist aber gerade mal rausgekommen hier. Hier ist irgendwo auch irgendwas Elektrisches, gell? Au! Möller abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Im Garten steht noch eine Pflanze, wer braucht Bambuswumme. Auch Bambuswumme habe ich auch ein Paar. Hast du noch ein Paar? Ja, ja. Guck mal noch ein paar. Bambuswumme, hat aber auch nicht stichtbar. Guck mal noch ne Bambuswumme! Ich hätte noch eine ja. Aber wir haben ja schon eine. Wollen wir da noch ne Eispilz dazu? Ja, ich mach hier vor allem. Brauch ich noch ne Bambuswumme. Mach hier noch ne Eispilz hin. Ach, jetzt hast du's schon. Na gut! Achso, ach du meinst das vorne, okay. Das vorne, ja. Ja, ich hab jetzt auch noch eine gemacht. Gut, da klappert jetzt noch jemand dran. Da müsste noch drauf gehen dabei. Wo sind die her? Die hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Oh, 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 die weg. Oh, die... Hier hinten kann man auch noch einen Unheilspilz hinhauen. Aua! Oh, shit, mich hat's niedergemäht. Die Sonnenboum hält aber auch nix aus. Ach, hier ist der Elektriker. Ah! Warte, ich komme. Ja, du wirst da gerade attackiert, ne? Ich seh's gerade, ja. Ja, ich... Dankeschön. Oh, 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 jetzt bin ich gleich hinüber. Oh, Alter, es ist doch nicht wahr. Ich bin schon wieder down, ja, ja. Aber Artie kommt schon. Artie kommt schon. Und wird von hinten attackiert mit nem Fliegengitter. Ah! Aaaaah! Komm, heilen! Pfff! Da hinten ist noch so ein scheiß Fußsoldat. Ok, jetzt ist er weg. Boah! Da ist noch einer. Hab'n... Enemy down. Puh! Aber es läuft schon besser. Bin sie? Ja, doch. Wir müssen uns ja auch alle ein bisschen aufeinander einspielen, ne? Ja, stimmt. Das erste Mal, dass wir zusammen spielen, ne? Jo. So, bitte jetzt was ordentliches. Ich setze hier vorne noch eine Bambuswumme. Ja, mach mal. Hast du noch so viele davon? Ich habe noch zwei Stück. 15 habe ich noch. Oh, okay. Jetzt haben wir wieder den neuen Vampir. Fast das Gleiche, ne? Ich habe gar nicht aufgepasst, was er jetzt war. Den Vampir und den... Aber will ich das wissen, was wir haben, was wir jetzt machen müssen? Oh, oh, ZPGs, aah! Scheiße. Ich versuche zu kommen. Direkt in die ZPGs von zwei Fußsoldaten gelaufen. Hab dich. Und Heilung hinterher. Aua, ah! Ah, das ist doch nicht wahr. Hier ist übrigens dieser komische Flittermaustür, der mich gerade zernagelt hat, hier. Und Heilung hinterher. Sehr gut, dankeschön. Ich laufe dir mal ein bisschen nach. Ja. Lass den Garten in Frieden. Also ich versuche immer, immer nah an den Garten eine Heilpflanze zu stellen, ne? Also, wenn ich mal nicht in der Nähe bin, als das Beste zum Garten zu laufen. Jo. Die halten aber was aus. Oh, da ist der Yeti auch noch da hinten, ne? Ja, ja, Feuer schon. Hier hat sie Zeit auf den, aber... Eigentlich müsste der doch gegen Feuer total allergisch sein, oder? Macht das eigentlich was aus, so klassenmäßig? Nee, das gibt's leider nicht. Ich müsste den auch treffen, dann wär's vielleicht auch. Oh shit, ich bin im Garten tot. Ja, ich komme. Ich hab auch nicht mehr... Ich bin auch hinüber. Oh, oh. Schaffst du's, oder schaffst du's nicht? Wo seid ihr denn hier? Okay, ich glaub, jetzt wird's langsam kritisch bei mir. Ja, warte, ich bin da. Ah, ich hab mich jetzt selber... ...gerade. Ich wollte nicht ausfallen. So, mit zu uns. So, der Yeti ist hin. Oh shit. Bin schon wieder. Danke. Achtung. Boah. Puh, ey, ist schon wieder diese... ...Welle 5, ne, wie eben. Naja. Oh, hier gibt's irgendwo noch einen Elektriker. Ja, da. Ja, gleich mehrere. Da hab ich euch auch gerade eine wichtige Erkenntnis gebracht. Hier gibt's irgendwo noch einen Elektriker. Ey, die sind aber auch schnell. Also schnell mich als Elektriker nie, wenn ich hier spiele. Numi, pass auf. Brenne! So. Du brennst jetzt auch, du Sack. So, blöder Grabstein. Kümmer mich mal schnell um den Grabstein. Willst du da allein hin? Sicher. Hier ist der Obermacker hier in unserem Garten. Mhm. So, der Grabstein ist weg. Gut gemacht. Oh, ich lieg vorm Garten. Okay, ich seh dich. Guck mal. Ah! Wow. Ey, der hält was aus. Das geht echt auf keine Port. Ja, und dann werden wir auch noch von Ingenieuren zerbombt hier, ne? Mhm. Heilblume irgendwo? Wo bist du dann? Im Garten. Ach, da. Neben dir. Du hast dich gut, gut an den Garten angepasst, irgendwie. Ich kann grad leider keine, ich kann, ich pflanze keine mehr, weil ich tot bin. Ey, wenn der mit diesen blöden, ähm, Fledermausen so durch einen durchfliegt, da ist man halt von Sekunden am Arsch. So, warte mal. Hast du sie? Ja, sehr gut. Ich hab deine Heilpflanze hingepflanzt, gell? Ja. Ach, die hat sogar noch überlebt. Mist. Die hat überlebt, aber ich nicht. Was ist denn das? Hm. Brenne! Vampir! Voll das unnötige Spiel, ne? Eis-Yetis machen vorher nix aus, Vampiren machen vorher nix aus. Niemand macht das Feuer was aus. Da hab ich auch das Gefühl, langsam. Wo kommt der denn jetzt? Da hinten. Hast du? Ah ja. Na, er lebt noch, er lebt noch. Na, er hat noch halbes Leben, ne? Das ist halt doof, dass er sich bei den Bomben immer schnell weg teleportiert. Kann man aber auch nutzen. Einfach in eine andere Ecke in eine Bombe schmeißen und hoffen, dass er sich hin teleportiert. Ja. Wo soll er denn jetzt hin? Ach so. Ah, links vom Garten. Rechts. Also. Je nachdem, wie man drauf guckt und so, ne? So, jetzt aber drauf. Brenne! Nachladen. Ist das nicht so, dass Hexen verbrannt werden? Oh, hier. Ja! Yay! Gott sei Dank. Uh! Gut gemacht, Leute. Bambuswumme. 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 Ich glaub, es hat eh nix mehr überlebt, was ich noch heilen könnte, oder? Ich glaub, es ist alles hin, ja. Also außer uns natürlich. Aber auch nur mit Hängen und Würgen. So, nächste Welle. Hier kommen Wissenschaftler. Jupp. Ich hasse sie schon jetzt. Aua, aua, aua. Wissenschaftler spielen auch viel besser als ich das könnte. Ja, der Unheißpilz, der rockt, oder? Wenn wir den nicht hätten. Oh nein, sag Zombies. Jetzt hätte man Schnapper gebrauchen können. Scheiße. Ich bin nur ein Wissenschaftler. Arti hat dich. Ja, bin dran. Gut. Diese Sonnenblume echt hält nichts aus. Ist so furchtbar. Metallblume, aniges. Aber gut, hast du noch nicht wahrscheinlich. Nein, ich bin schon wieder tot. Na, jetzt. Archie. Ah, danke. Ich hab mir jetzt weiter runtergezählt. Da kam nichts, dass du mir geöffnet hast. Brenner, Wissenschaftler, Brenner. Irgendwie hab ich aber das Gefühl, die halten auch mehr aus als im richtigen Spiel. Ja, das kann sein. Also, was heißt im richtigen Spiel? Es ist nicht das richtige Spiel hier. Nein. Welle abgeschlossen. Na, halleluja. Das ging jetzt mal gut. Ja. Bis zur nächsten Bosswelle. Bist du da, bist du. Oh. Warte, improvisierte Rüstung. Was soll denn das wieder sein? Ich will es gar nicht wissen. Was für neue Folterinstrumente da auf uns warten. Oh. Lauter. Einmal Zombies und fliegen geht als Zombies. Komm hier. Ja, ja, ich sehe hier die ganzen Klozombies und so. Klozombies, oh Gott. Aber mit Gift und... Feuer sollte das irgendwie möglich sein, oder? Ich schieße auch noch daneben, ey. Das ist auch noch zu... Die sind wenigstens relativ langsam, wenn sie ihre Rüstungen haben, da. So, im Vergleich, meine ich jetzt. Boah, hier kommen ganz viele von denen, ey. Bestimmt vier Stück oder so. So, oder wieder, bis man die kaputt gemacht hat. Na. Ich bin zu blöd, so eine Hauswand hochzulaufen. Ich brauche Heilung, Heilung. Wo bist du, wo bist du, oder? Ich bin im Garten. Ich bin gerade angeflogen gekommen. Nee, nee, du bist da hinten. Arti hat sich einfach vorgedrängelt. Da steht übrigens auch eine Heilblume, gell? Da, wo ich gerade bin. So, für die, die ich jetzt gerade nicht mit Heilen erwischt habe. Ja, ja, auf die Füße. Lass den Arti in Ruhe. Der hat dir nichts getan. Außer, dass er dich die ganze Zeit mit Gift beschießt. Die soll ein Plumpskloß lassen mich, ey. Die uns irgendwie schon getötet haben. Ist schon wieder eine Welle rum, ne? Ja. Auch wenn ich doch nur den Garten heilen könnte. Das wäre so schön. Zehn Wellen gab's, oder? Ja, zehn, genau. Und danach müssen wir aber auch noch flüchten. Ach ja, genau. Lumi schießt schon wieder. Sehr gut. Oh, All Stars. Oh, ich brenne. Nicht nur All Stars, sondern das sind Cricket Stars. Ja, ich fress eine Bohne. Tod. Scheiße. Oh, oh. Ich hole dich. Im Gang nach vorne. Ich bin da. Danke. Bitte. Hier ist eine Heilpflanze. Ja, ich genieße die Heilpflanze gerade. Ja, machst mal ein Päus hier so, Kaffee und so. Genau, ein Käffchen reinpflanzen. Bisschen Sonne tanken. Hier ist ein, äh, hier, äh, Ingenieur. Nicht nur einer. Ach, tot. Ich fliege auch gerade. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Warte, warte, ich komm. Ich bin dem Ingenieur hinterher gelaufen. Danke. Und gleich eine Sekunde stehen bleiben. Heilen. So. Was ist das denn mal für ein komischer All Star? Der jetzt gerade tot ist. Ah, sehr gut. Ich stehe jetzt halt auf und sich... Ah, wir haben dann Artie auch gerade ein bisschen allein gelassen. Aber da hinten ist auch ein Teleporter, um den man sich kümmern muss. Ja, da war ich, da war ich die ganze Zeit dran, ne? Warst du dran? Aber ihr wart immer so mit Sterben und Widerbeldien beschäftigt. Wollte ich jetzt nicht sterben, weißt du? Du bist gemein. Tut uns leid. Du bist gemein. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Bohne viel langsamer auftau, also, äh, sich regeneriert. Uh, Bälle abgeschlossen. Das müsste halt sogar Botfälle sein, oder? Noch nicht. Ne, die 10 wären wieder oder? Ich glaube, die 5. und die 10. So, Wanderbust 2. Ach, ich dachte, wären 3 gewesen. Es kam mir auch häufiger vor. Es kommen schon wieder All Stars. Aber nicht nachfragen, wenn du sagst, nie nachfragen. Boah, ich wäre schon längst verreckt, wenn du mich hier nicht alleine hättest, ey. Ich habe aber auch den Eindruck, dass, guck mal, hier ist es, die All Stars haben doch auch irgendwie, äh, All Stars hier, die Ingenieure haben doch auch irgendwie Rüstung oder sowas, oder? Ja, wenn ich den Ingenieur spiele und da steht mir so eine Feuererbse, die mir den ganzen Magazin in die Fresse ballert, dann stehe ich nicht noch. Schau mal, den habt ihr in die Luft gefetzt. Na, wo kommen sie jetzt? Irgendwo, wo sie mich gerade totschießen. Jetzt kommen sie gerade von allen Seiten. Au! Was, die Pflanze? Ach, scheiße. Oh! Heilung! Ich bin schon da, ich bin schon da. Alle brauchen Heilung. Oh, shit, ich auch. Martin, du machst das. Martin, wir liegen hier auf einem Haufen, tu was! Nein! Hier, warte, ich, ich mache. Du machst, okay. Jack. Kümmerst du dich im Arty? Äh, ja. Du bist schneller als ich im Heilen. Richtig, richtig, richtig. So. Das müsste dann aber auch der letzte sein hier. Oder? Da ist noch ein Allstar, der hat mich vorhin fast gekillt, ja. Welle abgeschlossen! Yippie, jajay, Schweinebacke, unser Garten sieht gar nicht gut aus. Ne, gar nicht. Eine brauchst du, müssen wir noch überleben. Mit diesem Garten. Können wir noch schaffen. Mhm. Zambos Spielautomat aktiviert. Oh, ich will nicht hingucken. Neh, mal. Sagt man, dass es nur Münzen gibt. Oh, schlecht. Yeti. Oh. Diskus, du. Und Gargantula. Nein. Jetzt geht's los. Jetzt wird's witzig, ja. Aber der ist wenigstens recht lahm. Gargantula. Da kommt er schon. Da kommt er schon. Er weilt sich aber noch an dem Pilz auf, den ich da aufgestellt hab. Ah, er hat mich gesehen. Hilfe. Oh, ein Schlag. Ich bin weg. Ich kann dir gerade leider nicht helfen. Ich versuch's. Warte, ich versuch's. Ich komme. Scheiße. Ich bin da. Ich hab doch noch Selbstbehalte. Ah, Entschuldigung. Der trampelt aus mir rum. Wir müssen ihn irgendwie weglocken von hier. Fuck you. Es ist das hart. Das ist erst der Anfang. Hinter dir, hinter dir. Aha. Boah. Okay. Boah, Ali. Wo seid ihr denn alle? Wir liegen direkt nebeneinander. Du kannst es nicht verfehlen. Mann, jetzt direkt. Oh shit, ich hab's rechtzeitig angeklickt. Verdammt. Ja. Okay. Ich glaube, der Garten ist gleich hin. Ich glaube, das werden wir gleich nochmal versuchen. Habt ihr keine Wiederbelebung mehr? Ach, ich hab noch eine. Aber das sift, glaub ich, nichts. Dein Garten wurde zerstört. Meine Bombe geht noch nicht so in die Luft. Neuversuch. Ah je. In der letzten Welle können wir nicht scheitern, Leute. Das geht nicht. Ja. Schade, dass nicht nochmal neu ausgewürfelt wird. Hm. Ja, das wär's noch, ne? So, jetzt strengen wir uns jetzt alle ein bisschen an. Und dann... Ist ja nicht so, dass wir das vorher nicht getan hätten, ne? Aber... Der Arty knackt noch seine 100 Abschüsse. Läuft's grad schon so gut, ja? Ja, da gibt's links oben, gibt's ne... ne... Kill-Anzeige. Oh, ich seh ihn schon. Wo ist er denn? Ich seh den Diskus, du. Ich versuch mich ein bisschen um die ganzen Allstars zu kümmern. Oh, ich seh ihn auch. Boah, die kommen ja alle aufs Dach. Das ist ja scheiße. Ja, deswegen flüchte ich jetzt hier auch mal. Ah, deine Heilblume ist ganz gut hier oben. Ja, die hatte ich eigentlich so früh. Nicht, dass ich was gebracht hätte. Im Endeffekt so, aber... Wow! Boah, ey. Ach, die Sackzum, jetzt haben wir noch Schusswaffen mit sich. Supergut. Boah, nee. Okay. Warte, ich... Ich kann mich auch nicht wiederbelegen. Wow! Wo kommt denn der her? Ey, der ist direkt vor mir gespawnt. Das... Das war nicht in Ordnung. Äh... Das war... Arty hat das Team gerettet. Danke, Arty. Das war jetzt gerade sowas von nicht in Ordnung. Nee, Schiebung. Seh ich nicht ein. Ich schmoll jetzt. Der war nicht da, bis ich... Bis ich die Treppe hochgelaufen bin. Dann ist er direkt vor mir aufgeploppt. Finde ich nicht... Nö. Neun. So, das... Und in... Was haben wir hier noch? Mal den hier. Ist halt doof, dass die hier hochkommen können. Da kommt er schon wieder, der Gangant, du da. MG Erbse aufs... In your face. Oh, Hilfe. Ich bin tot. Ich auch gleich. Wo bist du? Wo bist du? Wo seid ihr denn hier? Oben. Ich lieg oben. Ja, komplett offen. Oh, nee. Okay, Koali. Letzte Hoffnung. Ja, 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 ja. Okay, ihr zwei macht das jetzt. Natürlich. Das Problem ist, das Problem ist, dass der Garten so scheiße angeschlagen ist. Ach, wo hinter dir, Artie. Ich wusste ja nicht, dass der hinter mir steht. So ein kleiner Gangantula kann man schon mal immer sehen. Wo bist denn du? Äh, irgendwo. Oh, scheiße, direkt neben dem Stu. Nein! Scheiße. Wir wollen mal unser letztes Mal versuchen. So, letzter. Das kann doch nicht sein, Leute. Das kriegen wir... Nicht in der letzten Welle. Das wäre schon echt traurig. Ich glaube, hier vorne braucht man ja keine andere Pflanzen. Ja, doch, es hält auf. Ja, es hält auf. Das stimmt schon. Irgendwelche... Irgendeine Crab kannst du da hinten schmeißen. Äh, Pflanzen, irgendwas, was... Äh... Rain. Ich höre ihn schon, ich höre ihn schon. Ich will ihn aber nicht hören. Okay, ich komme mal wieder ein bisschen zurück mehr. Ich glaube, wir würden allein nur mit den Bossgegnern schon genug zu tun haben. Ja. Er hatte ja gerade meine Bohne überlebt, der Sack. What the fuck? Arti, wo rennst du rum? Da. Ich bin im Garten. Weil ja, da oben kommen sie. Gleich alle wieder. Okay. Wow. Wow. Nein! Habt ihr gesehen, wie der auf mich draus so gerannt ist? Er kann auf jeden Fall doch rennen. Ja. Jetzt hört er mal auf, hier. Hilft mir, es sind nur noch acht Sekunden. Wo bist denn du? Hinter der Mauer. Am Garten. Direkt, direkt neben dem Gargantula. Nein! Okay, okay, jetzt schafft ihr es alleine. Kommt, ihr habt ihn doch schon fast. Ja, in der Garten noch nicht so. Nein, wie der Blöde. Oh nein. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? An der Mauer. Hier hinten dran. Ja, genau, du läufst richtig. Da, da, da liegt er. Vorsicht. Geh auf zu schießen. Und abhauen. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Oh, 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 oh. Ist schon wieder tot? Nee. Nur fast. Schieß, ja, genau. Der macht ja gar nichts. Frag dich, warum er nichts macht. Auf mit. Okay, der ist tot. Okay, ihr habt ihn. Yippie. So, den Disco ist du. Wo auch immer der ist. Der ist, der ist direkt links. Genau da. Nein, er hat mich. Wo bist du? Artis, rechts. Rechts. Verschräge. Was war das? Was war das? Nein. Ich war auf dem Dach. Wer hat mich denn da gekriegt? Nein. Ich war hier noch umrennt. Nein. Welcher Zombie konnte ich denn auf dem Dach da hin? Ach, naja. Oh, nee. So knapp. Ich würde sagen, alle... Ihr habt das alle gesehen. Wir haben es ja aufgenommen. Das ist Spielfusch. Das Spiel ist scheiße, ja. Und aller guten Dinge sind drei. Und wir können ja jetzt für das nächste Mal mal eifrig im Stickerladen einkaufen gehen. Ja. Ja. Nee. Naja, doch, diese Dinger hier für tausend. Ja, irgendwie sowas, ne? Wo du nur Toppflanzen kochst. Ja, genau. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und beim nächsten Mal machen wir alle platt, oder? Wir gehen ja nicht auf, ne? Nö. Nein, niemals. Wir werden es schaffen. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Tschö.